Musik Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von TTT Zusammen mit Sol, Mia, dem Erik, den Mimse, den Tumoner, den Christ, den Cube or Cube Und dabei der geilsten Schnitte auf der gesamten Welt, dem Ben I'm Stinker Hi, Leute, wir haben eben herausgefunden, dass es ein Pornokino mit meinem Namen gibt, okay? Es gibt ein Pornokino mit meinem Namen, was will man mehr? Bei deiner Stimme Oh mein Gott Ganz kurz, ganz kurz, zu erwähnen, wir spielen auf dem Server von New Age Source Ja, das ist der New Age TTT Server, ist aber ein privater Server, im Senator bei mir Weg, ich will meinen Mobbing-Acker Ihr macht Minecraft Seasons und fragt mich nicht, ob ich mitmachen will Naja, du warst leider nicht da MPC war Schrott Ach, ach ja Bei Season 2 kannst du mit der Ja, geil Darf ich? Q, gehen wir mal da rein Gp, darf ich da mitmachen Okay Gerade ganz kurz Äh, pfff, ja, kannst du ja mal machen Aber erstmal müssen wir jetzt Season 1 mal fortfahren, wir müssen morgen aufgeben Hey, Tester war verboten, ne? Q Ja, Tester war verboten, Q Ja, geht eh nicht, das Hühnchen ist noch nicht Q fragt sich immer noch, wie ein Tester geht, Alter 100% so eine richtige Blondine Und hier, in der Ausstellung Q Da ist ein Knopf Er wurde noch nicht geneigt, geht gar nicht Okay, ist weiter dann Deshalb ist er da reingegangen Er will da drin in Sicherheit sein Er ist anscheinend auch gerade afkar im Shop, also will ich ihn töten? Ich suche die ganze Zeit meine anständige Waffe, Alter Q, denn der ist in Sicherheit Komm, ich werf den heiliger rein, da Er sieht mich wohl nicht Nee, gepin Loin, Hilfe Hallo, Hachbar Was habt ihr denn gemacht, wir sind Ach, Gameplay ist Oh, Scheiße Gameplay, komm, lass dich blicken Komm zum Fenster Du, wie kommt für dich, dass du innocent bist Oh, nö Jetzt muss Gameplay nur noch ne, äh, fucking Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg Ey, geh da weg, geh da weg, Ben, geh da weg, Ben, bitte Ben ist nicht Geh da weg, geh da weg Ben ist hundertprozentig ein Innocent Mann Bye, bye Ich schmeiß die wieder raus Ben, Brofist, Brofist, hier Drei, zwei, eins Boah Wir, ich sag's ja, wenn wir wollen, dann rasieren wir alles Absolut alles Ich hätte die, die Holy direkt neben mir schon und wieder rausschmechen können Dafür gibt's nämlich genug Zeit Boah, stell dir vor, dann werden die gestorben Jaja, das wird so nice Das, das eben war so Gedanken-Ding, ne Ich wusste, dass du ne, äh, Märtyrer hast, deswegen hab ich dich umgebracht, damit wir zusammen im Hünder sein können Oh, Ben, Ben, komm mal, ich hab sogar ein Geschenk für dich, wie wärs mit dein MK-17? T-Tester Oh Gott, oh nein Ja, hier, Ben, hier hinter dir, hinter dir, hier Weil, ne, auf der Map ist die, auf der Map ist die MK-17 Ja, ist doch egal Erik, hattest du gerade auch die Idee, da schnell hinzuspringen und die selber zu snacken Nee, ich brauch die einfach aus Prinzip, ich muss die einfach aus Prinzip benutzen Ja So, das ist jetzt übrigens auch ne Regel hier, ne Übrigens, da ich wette, jetzt wieder dauert, hier hab ich gearscht Was soll man haben? Wenn man ne MK-17 hat, dann gibt's man so mehr Ja Dann schmeiß ich die mal lieber weg Was? Was? Ben, fang Oh, 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 jetzt So, ey, hast du gerade probiert Ben zu ermorden Das hättest du nicht machen sollen Das hättest du nicht machen sollen, so ey Und weggeschmissen, so Ja, im Wasser So, wo, 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 wo ist denn der Junge jetzt? Ah, hier drin bist du Ne, er ist nicht hier drin Lol Das tat aber jetzt irgendwie weh, oder? Ah, das bist du gar nicht, oder? Ne, das bist du nicht Wen suchst du? Wen sucht das? Mimsi! Hallo Ben Ah, scheiße Ne, das ist Erik Wen suchst du? Wo, wo? Oh, scheiße, ich weiß ja nicht kacken, jetzt kommt die Wurst wieder Oh, mein Gott Ich hab's gleich in Bindung, scheiße Ah Torbola Oh, ich muss irgendwie jetzt noch diese Map-Maschinen danach Ist dann vorbei Junge, wo bist du? Ich lau mich die ganze Zeit ab von dir JP, warte, du bist gestirbt Alter Blau ist er nicht? Siehst du mich die ganze Zeit, stalkst du mich? Hallo Ben Ich wachs auf Bäumen Er ist aufm Baum gewesen Ähm Alter Alles klar Ja Wo scheiß ich denn hier fest So, so hat 60 Damage von mir bekommen Oh shit Mimsi, was soll ich denn das? Mimsi? Der hat dich doch angeschossen Mimsi, du hast mein GP getötet, du Arschloch Ey Er hat den DT getötet Er hat den DT getötet Er hat den DT getötet Er hat GP getötet Darf er nicht Ich fühl mich so nackt Dann zieh dir was an Sitz dich nackt vor deinem PC Das will ich aber nicht Sitz dich nackt vor deinem PC Doch, ich hab noch ne Unterhose an Eric, du kleine Missgeburt Hehehe 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 Eigentlich schnetzt meine Gulen gar nicht Ey Tobola, du bist auch zu dumm zum Schreißen, oder? Er steht da die ganze Zeit mit der Homemade-Pilch Ich wollte wissen, wie lange er braucht, bis es checkt Er guckt ihn so erstaunt an Man, ganz ehrlich, Ben, das war keine ganze Zeit von uns Sie haben auch die T-Runde geholt Wir müssen uns mehr anstrengen Aber gut, ganz ehrlich Wir haben alles gemacht Wim Sinatol wieder den kompletten GP raushängen lassen Und einfach die Innose-Gefrenzen Ganz ehrlich, G-G-G-G-G Nee, ganz ehrlich, nee Halt dein Maul, G-G-G-G-G-G Halt einfach dein Maul Oh, jetzt geht's, der will nicht mehr mal Ja, ich hab das ein Ich hab nur ein P Jawohl Ich war im Wasser Und immer, wenn du mich getötet hast, du mich getötet Jetzt hab ich mich getötet Allerdings, ich hab mich dann festgehangen Komm rein, komm rein So, das Chicken ist im T-Tester Leute, wir müssen mal ein bisschen weniger durcheinanderreden Wir müssen mal ein bisschen weniger durcheinanderreden Und dann bin ich ertrunken Guck mal, Ben, hier Ich kann auch mal schöne Atmosphäre reinbringen Guck mal, jetzt 3, 2, 1 So mit Kerzen und Dingern, ne? Ich bin bei Säulen Findest du mich schon wieder nicht, oder? Nee, 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 nee Jetzt will ich dich nicht töten Noch hast du dir ja nichts getötet Oh, ähm Bin verloren Hilfe Du bist halt ein Homo Äh Und Turbola springt dann mit runter Sag mal was Ich glaub, da hinten hat sie grad hier mit der Tauber aufm DT geaimt Nicht nett, Alter Nicht nett Und Turbola ist halt hinterher Ja, er lässt mich halt nicht alleine essen Er ist halt, ähm, nett Kippe 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 Willst du, warte, Ben, 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 warte, 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 warte Pass auf Bist du innocent? Ja Gut, dann komm mal hierhin, wo ich grade Komm mal hierhin Wo ich jetzt Lol Äh, wer war denn das jetzt? Tubola KS Tubola, ja Maffin Ey, will das Leid mit mir teilen, weißt du? So, Tubola, Sol, und... Und noch wer Ja Ich glaub, das war... ne, Cube war's nicht, ne? Doch, Cube ist dem Messer entflohen Bin bei Eric Hi, Eric So, GP War klar Woher wusste ich das jetzt, Alter? Wollte schon weggehen, aber... GP rächt mich Hey, der weiß der Container wackelt Vergesse es Nice Bam Ganz ehrlich, Ben, das ist Teamarbeit, so müssen wir das machen, so nicht anders Ja In Teamarbeit Ja In Teamarbeit Seid ihr bereit? Leute, Leute, ich hab den D-Ticket geteilt und hab immer noch mehr als 0 Punkte Du hast mehr als mit dem Senator, guckst du dir an Martinatour will das 2 Martinatour ist ein Kackbun, Alter Wir sind in der Aufnahme, bitte rausgehen Bitte rausgehen, still erst Raus! EP weiß wer das ist Ja, weil... nur wenn ihr jetzt sofort reinkommt mit in die Aufnahme Nein, meine nächste Aufnahme, bitte Also ganz ehrlich, Rex, äh... wäre nett, wenn du nach der Aufnahme kommst Weil die nächste Aufnahme kannst du gerne mitmachen, aber jetzt sind wir grad mit drin Wisst ihr, egal was ihr sagt, er hört euch nicht, weil sein Mikro... äh, weil sein Lautsprecher aus ist Achso Achso, ja, dann hat er uns wahrscheinlich direkt gehört und dann... Aber Rex, die Butterfeme ist aber eigentlich auch noch mit dabei so Ja... Ach, ich bin schon wieder, DT, was will mir das Spiel jetzt damit sagen? Gp, du möchtest mir doch sicherlich einen Spider-Man-Gang schenken, oder? Natürlich, warte Oder aber Rex hat uns alle ausgestellt, nur damit er jetzt einfach joinen kann und dann behaupten kann Wir hätten ihm nichts gesagt Ey Mimsy-Nator beschoss mich so eben Jup hat mich angeschossen Jup hat mich angeschossen Jup war... Alter, ich wurde schon wieder beschossen, Mami, die woppen mich Ich glaub, das war Mimsy Ben, brauchst du noch eine MK-17? Nee, wir wollen nicht Erik, hinter mir Jup ist... Jup wurde aber erschossen Find ich nicht gut Ey, Alter, ich bin grad in... Ja, ey, Alter, ich bin grad hinter dir gewesen, da hast du... Erik umgenüttelt Überraschung! Hahahaha Alles klar Oh mein Gott Überraschung Wohin hab ich dich jetzt hier, ey Digga, ich bin grad in... Ich bin grad ins Shop gegangen, ne? Und Volcano Und dann am SoCraft2 Weißt du, wie sich das anfühlt? Sonst... Wo ist die scheiß Spider-Man da? Ach, jup! Ich hab mich extra Diffy gekaut Ich... So ist jetzt nicht Diffy! So, 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 so... Wo ist er da? Hahahaha Alles klar Sorry Gibi, ich hab zu spät realisiert, dass du das bist So klar Ich hab bereits Bescheid gesagt, dass ich ihm... Bescheid sage, dass er sich anmuten soll für die nächste Aufnahme dann... Also sag ich... Dann sag ich nicht schnell Also du hast grad superdeutsch gesprochen Ja, alles klar Ja, alles klar Ja, alles klar Trubola, wir wecken die sich deine Ausschau hier raus Gymnasiastisch darf das Gymnasiastisch? Was? Du bist Gymnast? Okay Was, Gymnastiker? Leu, ich pack durch die Map, ich pack durch die Map, wie geil ist das denn? Gymnastiker als Spaß Ja Hilfe Nein, ich... Roasted Chicken! Beef! Nein, ich bin... Oh nein, ich war Tee Ich war auch Tee Was soll denn so ne Scheiße? Das direkt wer Tee geworden wäre Und schon wieder hat mich Pew getötet im Knifeback, Alter Ja, Mann Nein! 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 Jetzt hab ich das Gymnastiker umgebracht Ben und Erik Äh, Ben und Erik Ben und Erik Ben und Erik Okay, GP, das können wir nicht auf uns sitzen lassen Ach Ihr müsst einfach das Gymnastiker leifen Oh mein Gott Ach komm, das ist nichts besonderes, wenn Tube geneift wird Alter Wenn Tube jetzt in der Knife-Round gewinnt Naja Das wär echt Das wär echt Das ist physikalisch nicht möglich Das wär echt doppelmoral Das wär echt doppelmoral Echt so, da müssten die Gesetze der Welt neu formuliert werden Irgendwo das Knife-End ist Dann wär wieder, dann wär wieder Ben das auch vor Das Messers Hehehe Sobald Cube eine Runde gegen die C's alleine gewinnt Gegen das Stream Team, Alter gp du weißt was ich sagen will was bitte du weißt was ich sagen will ach nein tschüss auf Wiedersehen das muss aber echt einmal sein pro Aufnahme einmal pro Aufnahme muss der TS einfach abkacken das geht gar nicht anders wer du bist hier wer du bist hier wer du bist ja innocent er als Ort oh mein Gott ich hab ne Fiegel ich muss doch mit jemanden töten wer ist da? erik doch mach Fiegel erik wurde geneifet tubular KOS ich hab grad nen Traitor getötet er wäre dann ne Fiegel KOS ja dann tubular und ich sind Proven ne Leute ich weiß wer T ist aber ich weiß den Namen nicht ich steh nach Magi ich steh nach Magi da stimm ich dir zu du stinkst nach Magi da stimm ich dir zu wer auch immer das gerade gesagt hat na wer wohl erich 3 3 3 3 3 soll doch nicht ich wurde auf jeden Fall geneifet ich bin ich bin Abin er war mit er muss ich jetzt hier er hat auch um mein Gott ich bin zu blöd alter du hast mein Skin gesehen und du dachtest ich wär ich wollte es mich grad neifen mein Skin gesehen dann ist ja nur dann ist ja nur ich bin nee ich bin Proven was? wer? wer hat das jetzt gesagt? ich 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 meine Wenigkeit ich ich halt toll wer hat das jetzt gesagt? oh hier ist ein ein wildes Gameplayer ist hier das ist jetzt eh das ist jetzt eh keiner du kannst dich drückt tappen äh drückt tappen alter du kannst dich äh tappen bei mir ist da aber keiner rot hallo Stranger ja ich will nicht so zwischen zwei äh äh verpissen du blieb auch noch du blieb auch noch einer ja klar ich komme jetzt hier rüber und jetzt fliegt er auf den Piss alles klar ha warte bist du eh eh was? ach nix oh ja genau da ist man mal am rein ich bin mal am rein ich bin mal am rein komm 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 hier sind die letzten hier sind die letzten ähm alterfack ja die wir haben oh ja 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 Ich hab da unten die Leiche vom DLT gesehen und dann standest du da so. Wie ein Rückwärts-Affizion. War der DLT nicht schon lange confirmed? Der DLT war da mein erstes Opfer. Ich hab einfach direkt geneift, weil der Tubular weggeschrottet. Aber der hat sich nicht gegeben. Da war doch GP schon tot. Ja, das wusste ich aber nicht. Ich hab ein Jahr confirmed den DLT, du Kackboon. Ah so. Kackboon, das ist wie er zurück. Kackboon. Ben, was war nochmal deine Waffe? MK17. Fragst du ernsthaft Ben nach seiner Waffe also bitte? Das ist dein Penis. Damit ich weiß, welche Waffe ich das nächste Mal ins Wasser schmeiße. HÄH? Fußspuren? Ich helfe dir. Wo ist Ben? Ich muss sie töten mit einer MK17. Oh, die obersten Regeln der Technik, wenn man irgendeine Waffe gibt. Nimm Sinatra bei mir. Willst du nochmal sagen, dass du eben das Dream Team getötet hast? Nein, will ich nicht. Oh, verpiss dich. Willst du damit jetzt nochmal rumpuschen, Q? Darf ich dir... Oh, lol. Ich glaube, Q bist du... Pricence, Pricence, Pricence. Hab ihn. METURA, 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 METURA! Oh scheiße, das war wirklich METURA. Sag das doch früher, du Genie. Ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben Wenn du bist tot Und ich hasse dich Oh oh Immer die schöne Taube So schön Gar nicht günstig Oh man Nein, die Taube kann ich einfach nicht aus auf das Taube oder was? DTS, DTS GG Jungs Cube, ich konnte es mir nicht verkneifen, weil es ist einfach zu perfekt für meine Märtyrer Märtyrer ist auf dem so derartig overpowered, ohne Witz Äh, ich hab Ben, ne, ja Ben und Sol weggeflogen Bei Steam Moment mal eben, bitte Wie hat Eric mich gemacht eigentlich mit der Taube? Juk, will ich mich blocken? Juk, hast du mich jetzt geblockt? Juk, hast du mich jetzt geblockt? Ich bin eigentlich nur bei Steam, damit die mich nicht anschreiben Also dieserjenige Wer ist grad von denen? Also es kommt nur zwei Leute für mich infrage Jetzt könnt ihr raten, 50-50 Wer kommt hier alles infrage? Cry oder Ben Cry oder Ben und ich sag es ist Was? Wieso bin ich denn schon wieder DTS? Boah ey, ganz ehrlich, ich muss mich nerven Oh, Alter Hörst jetzt mal auf hier Warum bin ich immer DTS? Ich will Traitor werden Mama Nimmst du auf? Ja Okay, erst T, erst Ach ne, kann kein T sein, ne? Ne, wenn auch T Ja, ich bin DTS Ja, ich bin DTS Ich bin DTS Achso Du musst also Gameplayers KOS Boah, Alter Nicht vergessen, Gameplayers KOS, ne? Mh, nein Ich such ihn schon Ich bin versteckt Okay, Ben Interessant, dass du den Container da runter geholt hast Hä? Welchen Container, Junge? Ja, Ben ist KOS Deine Mutter ist KOS, Alter Nein Ey, was sollen die Kacken? Er von Wohl überhaupt Oh, das ist nämlich gestorben Ben hat Menschen getötet Ben war da Du Gameplayer Ich krieg jetzt was von dir Entweder ein Blowjob Oder ein schickes Item Ich bin für den Blowjob Oder er töte dich, weil du... Bleib stehen Ach, ein Nutzer Respect Okay, Q Warte halt's Maul Halt da unten Oh Alles klar Das lief besser als erwartet Ah, Ben, hast du eigentlich irgendwen getötet? Ja, aber ich hab Erik getötet Ich bin ja KOS gesetzt Ey, der war so hart, dass du dich umgehauen hab Das muss einfach sein, es war mir egal, wie ich ihn wieder weine Aber Q, du hast verkackt Naja, und bist halt scheiße Q Kackpun Kackpun, sind wir da Ich will lieber GP als Traitor Q Mann, der arme Q, der weint doch gleich, lass den doch Soll so Okay Ben wird sehen, wie sich das ausartet Wenn ich anfangen zu weine Wie? Oh, ich werde Also wenn er traurig ist, dann macht er einen Ragequid, das hatten wir schon mal Nein, nein, der macht da keinen Ragequid, als Wax ihn geneift hat, war er zwei Runden lang nicht mehr da Verständlicherweise muss man sagen Ja, das stimmt 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 Ja, ich glaub, er will mich bannen Da hat er den IP gemacht Nein Was? Ich glaub, wir haben hier rausgefunden, was er meint Wie komm ich jetzt nur darauf? Oh Ja, echt mal Nein Oh Oh Alter, ich hab mittlerweile ne innocent Chance von 100% Ja, Ratner, warum, Alter Wagt mal GP Das ist jetzt 10. Runde, ne Oh, das ist toll, Alter, ich dachte, das ist ein T Ja, T mit der Spider-Gun Ja, ja Komm, Ben Alles klar Ich bin auf Ben draufgefallen Gefallen 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 Das war doch absin Nee Das sind solche Momente, wo ich mich schäme Also ich muss, es tut mir leid, aber ich muss das jetzt mal Ich bin innocent, wenn er wollte, tötet mich, aber er hat meinen Ben getötet und das darf nur ich Sorry Okay, also dürfen wir Also dürfen wir GP töten Wo ist Ne, ne, ne Weißt du, die Gelegenheit will ich mir nicht entblenden lassen Irgendeiner hat Juuu Jetzt Stopp 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 mal kurz, bitte Ja, mach mich doch halt, ey Jetzt Jetzt Erik BANG Huh, huh Bisschen lang gedauert Oh mein Gott Ich lebe ja wieder Cool Okay, ähm Warte bitte Was mach ich denn so schön Oh, Erik Ist der Letzte Bin ich nicht Oh, ah Äh, was nehm ich? Ähm Ähm Warte, was Ähm Ja 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 Jetzt noch Power-Round, ne Ja Der will mich immer neifen, ne Und GP Ich musste es machen, weil ich sonst Ben wiederbelebt Ja Ja Natürlich hätte ich sonst Ben wiederbelebt Und dann hab ich einfach nur jetzt gebrüllt Der ist schon seit 3 hintereinander T geworden, ich 10 Runden lang gar nicht Und dann hätten wir am Ende dieses lustige Schauspiel nicht mehr gehabt, wieso irgendwas im Deteshop gesucht hätte und es nicht gefunden hätte Und wer zur Hölle frisst da die ganze Zeit Chips, das ist eh so Na Ben Nein Ja der in seinem Pornokino, Alter Was ist das? Ja Ben hat ein eigenes Pornokino, Alter, habt ihr nicht wahr? Ich weiß nur im Ernst, wie? Mein Aim gerade, ne? Das war echt 1. Klasse Ja, 100. Ach, es geht schlimmer Das hat sich auch sehr lustig angefühlt Ach Ben, ich hab übrigens ne MK17 für dich, falls du noch brauchst Oh, bitte lass jetzt nicht Headshot-Only sein, sonst werde ich nämlich Traitor Oh, Cube hat sie dir abgenommen, gerade Cube Cube wag es, Alter, wag es Du kannst nicht ja schon Oh, ich bin Eno, ich bin Eno, ich bin Eno Ja, 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 ja Ich wär aber trotzdem lieber Traitor Ben hat versucht Cube zu erschießen, also bitte Und GP will jetzt eh wieder mich töten Das ist jetzt Quatsch Als ob GP innocent ist Ja, GP, GP, GP Hab ihn Alter Leute, spielt ernsthaft mal vernünftig GP nur Nur weil Ben getötet will, weil er wen anders töten will Heißt das nicht, dass du denjenigen töten musst? Loll Dann ist es der Ben getötet hat Doch, muss ich Nein, musst du nicht, aus dem bist du tot Du bist so inkompetent, ja, also Egal Egal Mehr sagt mir dazu nicht, ne? Also entweder ist hier ein C4 oder ich hab ne Haftbombe angeklettet bekommen Obola, wie geht's dir so? Gut, okay Dann ist es Crysense, dann ist es definitiv Crysense Weil der war der einzige, der mir ne Haftbombe hätte angekletten können, wenn ich eine andere habe In dem Fall Ja, Alter, du schießt auf mich, ich dachte, wer dann Ja, dann war's wohl, nimm sie Ja, alles gut Ja, er nähm ich halt, ne? Entweder ist er, entweder Crysense oder Tubular Ja, stimmt Dann Crysense oder Tubular können sie betteln eigentlich Hast du ne, hast du ne Heil? Oh, das Cube Ich dachte grad das wär Tubular Ihr wurd vergiftet Ich weiß nicht Cube hast du mich Nein Du, er hat mich vergiftet Boah, endlich, ey Oh mein Gott Komm, geh doch drauf Nein Ja Oh, wieso hab ich Crysense nicht töten können, verdammt So, gut, an dieser Stelle mal Glückwunsch an Crysense für 49 Punkte Ben, nächste Runde wegen dem Rest der Welt Ich will jetzt erstmal kacken Bis nächste Runde Haut rein Ciao Tschüss Tschüss